Ähm, ja, sag einfach was. Erst neu in diesem Gebiet. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu TTT. Der Timo, der Timo ist, das üben wir noch, das üben wir noch. Ja, herzlich willkommen zurück zu TTT. Wieder mit einem Start ist der Kevin, der Timo. Wir machen heute wieder eine Dreierrunde, die führt sich noch ein paar Parts fort. Es macht aber trotzdem Spaß, muss ich sagen. Wie ernährisch der Onkel ist beim Anmoderieren. Voller Elan und dann, ey, muss da echt nicht was sagen. Und dann, ja, macht ja nix. Macht ja nix, ist wurscht. Nächstes Mal, nächstes Mal kriegst du es hin. Also ich erinnere mich daran, als ich die ersten Ausnahmen gemacht habe, habe ich versucht anzumoderieren und habe dann gleich wieder ausgemacht, weil das so die Kacke war. Und, oh Gott. Also ich habe, also meine ersten Aufnahmen, meine erste DASI-Aufnahme, weiß ich noch, da habe ich noch mit Bundy und Alpha gespielt. Und bei mir war immer im Kopf Alpha und Beta. Verstehst du? Und dann habe ich Ansage gemacht, ja, der Alpha und der Bundy. Und da musste ich noch lachen. Und, ach, keine Ahnung. Ich habe auch die erste Aufnahme übrigens herausgezögert. Ich habe irgendwelche Ausreden gefunden. Ja, nee, ich kann jetzt nicht starten, weil das, das, nee, warte mal, warte mal. Und die waren einfach immer bloß stil dahinter und haben bloß Tach gesagt, so ungefähr. Ja, die Anfänge sind ganz, ganz schlimm. Da traurte sie sich irgendwie gar nichts zu sagen. Aber die DASI-Folgen sind so schrecklich. Ich wollte jetzt mal, ich habe jetzt mal vorgehabt, eigentlich mal so einen kleinen Zusammenschnitt von alten Sachen zu machen. Und da habe ich natürlich mit DASI, mit dem ersten Projekt, angefangen. Boah, es ist so langweilig. Es ist so langweilig. Also, sorry, Leute. Guckt es nicht an. Es ist so langweilig. Naja, ich habe mein bestes Video, also mein Video mit den höchsten Aufrufen habe ich gelöscht. Aus Prinzip. Ja, es war kein Let's Play, weil es war ein Tutorial über Photoshop. Aber ich fand es im Nachhinein auch nicht wirklich so gut. Und weil es nicht das war, weswegen ich, also was ich Videos machen will und die Leute mich meistens deswegen abonniert haben und dann enttäuscht waren, weil nicht mehr Tutorials davon kamen, habe ich es gelöscht. Es hatte 18.000 Aufrufe. Also ich habe ja, ne, also musst du mal bei mir gucken. Mein Larry Magna Cum Laude Part. Das habe nicht mal ich gezockt. Wir waren ja damals, wir waren ja damals eine Gruppe gewesen. Das hat der Crazy damals gezockt. Das hat 1,5 Millionen Aufrufe. Boah, okay. Ja, da war dann, ich habe auch überlegt, ah, das Spiel leuchte ich mal runter, ne, und nun habe ich gedacht, ja, das ist... Ah, warte mal, hier, hier, das, das ist der Tisch, genau nicht, nicht... Aber ich muss, ich muss aber dazu sagen, dass, äh, dass ich, äh, dass das, das schon lange auf 8 zugeschalten wurde und dass die Monetarisierung bei dem schon Ewigkeiten schon weg ist. Das hat irgendjemand gemeldet, das Spiel. Irgendwo, kleiner... Aber es macht ja nichts, ist wurscht. Ähm, warte mal, Onkel, hast du da schon mal so einen Tisch gesehen mit so Zahlen darauf hier und dann so, 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 so komischen farbigen Blöcken. Ach, hey, ja, hier. Ja, genau, wir gehen mal auf so einen Stuhl. Ah, wir sind nicht genug, glaube ich. Ach, guck mal, hier steht so drauf, was man machen muss, oder? Ja, wie viel braucht man denn? Äh... 80 Prozent steht da. Ja. Ich glaube, wir müssen alle auf so einen Stuhl gehen, dann wird es nämlich über, über uns grünen. Ach, echt? Oh, also bei uns. Was machen wir dann? Das ist... Was steht denn da? Äh... Press Attack Key to roll... Was... Roll you die. You have an 80 Prozent zur Wahl per roll. Äh... Ne, ich glaube, jetzt brauche ich mehr Leute wahrscheinlich dafür. Also bei mir ist grün, jetzt. Ich seh's. Ich weiß nicht, ich glaube, ähm... Na, schade, also... Alter. Warte mal. Ne, warte mal, war ich bald... Ne, beim, ähm... Timon, jetzt ist es auch. Ach gut. Na, wie kann man das denn machen? Wie war das denn? Ich muss mal auf den Tisch... Ach, guck mal hier. Ach, ach... Ich muss mal auf den Tisch verschieben. Boop. Mit einem Magnetostick oder was? Ja... Na gut, ok, das ist ja... Ja, aber, ähm... Aber ich glaube, ich... Ich konnte es über der Waffe verschieben. Wenn man es jetzt vielleicht hier... Ich dachte jetzt... Ach, ich habe eine Idee, warte mal. Das wird... Oh, Qua! Oh! Alter, was ist denn hier mit Timo? Was ist los mit dir? Jetzt hast du endlich mal deine Vergleichschaft genommen hier, oder was? Der Onkel sieht so aus bei mir. Ach, das bin ich? Ja, aber du warst am nächsten an der Explosion. Quatsch. Ich habe ja die Explosion verstanden. Da ist ihm der Arsch geplatzt. Aber ich habe, glaube ich, die Dinger bewegt damit, oder? Es hätte mir schon klar sein müssen, als er dachte, er hat eine Idee. Ich hätte schon loslaufen sollen. Aber das dauert. Ich dachte jetzt echt, mein Gott, warum reagieren sie denn nicht? Normalerweise wäre ich gleich weggerannt bei dem Piepsen. Das war nur ganz leise erst. Ich dachte, das hätte etwas mit dem Spiel, äh, mit dem, äh, Brett da zu tun. Mit dem Verschieben oder so. Ach, ich bin manchmal ein böser Traitor. Aber wer hätte das jetzt nicht ausgenutzt als Traitor? Na ja, ganz ehrlich. Ja, äh. Hätte ja jetzt eh nichts gebracht, weil das Spiel wäre eh nicht funktioniert. Hätte. Na ja, ja. Hätte eh nicht funktioniert. Hätte. Ich gehe noch weiter. Just, sei Dank. Also, ich bin, äh, grün. Ich bin noch grün. Ich bin noch rutsch. Ich bin peng. Peng. Regenbäumfärm. Regenbäuben. Ähm. So. Mit Rosettensternchen. Okay. Ja. Ja. Alles gut bei euch? Natürlich. Wie leise es dir vor allem sind. Ja. Naja, ich mach hier Tontaugenschießen. Ja. Tontaugenschießen. Ja, ich mach hier. So. Deswegen verballer ich meine Monition an die ganzen Weinflaschen und so. Weil ich Traitor bin. Ich hab ja noch andere Waffen zuerst eingestufen. Klingt logisch. Ja, ich weiß. Deswegen erzähl ich's euch ja. Jetzt haben wir denn hier auch einen toter Fisch. Was hält ihr denn an? Ja, ich weiß nicht, wo ich hier kämpfe. Weißt du, wenn du sagst, Tontauben schießen. Wahrscheinlich grad im Twitterraum oder am Gucken, was er da hinten eingestellt kann. Nein, ich hab hinten Tontauben geschießt. Ja, ja. Ich hab hier Weinflaschen abgeschossen an der Bar. Ich versuche grad zu hören, wie da gleich irgendwie so ein Piepsen kommt. Hä, warum? Ich bin grad hier im Safe. Du bist im Safe? Ja. Krass. Du bist also voll wertvoll. Warum lachst du da, Kevin? Das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Du bist ja ein toller Freund. Was? Was? Ich find hier keinen Schweine. Das ist echt mies. Kuba, London. Die Uhrzeiten hier von Kuba und London. Sankt Petersburg und... Das ist einfach... Na ja, aber was da unten das ist. Warum ist die Tür braun? Was ist da? Entschuldigung, ich konnt's nicht mehr halten. Ah! Oh, oh. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Schönen Tag, guten Tag. Schönen Tag, guten Tag. Du bist hier ja? Ja, glaub mir, ich bin mehr erschrocken als du gerade. Oh. Oh. Ehm, wenn jeder so rumschreit, ey, wer ist denn hier durch den Lüftungsschacht geklettert schon? Ich hab den auch gerade gesehen, da kommen wir da nicht durch. Hunde. Warum nicht? Was ist das? Der ist doch offen. Vielleicht nur von der anderen Seite, vielleicht. Oh! Fagi ist... Wo ist die andere Seite? Oh! Die Bilder... die Bilder kann man zerstören. Was? Zerstören? Zerstören. Guck mal, hier ist Toderfisch. Guck mal, hier ist Toderfisch. Ne, die kleinen, nur die kleinen. Fliesen. Fliesen. Ein toter Fisch. Ein toter Fisch. Fisch. Ich kann's nicht nachmachen. Das zum Beispiel und das. Alter, 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 alter. Wer ist denn das? Ah, Kevin! Au! Kevin ist es! Oh! Ah! Ach, verdammt dich dann. Das hat mir zu lange gedauert. Eigentlich braucht man das ja gar nicht vorher zu sagen, weil wenn ich jetzt tot bin und död bin, könnte ich eigentlich auch spielen. Stimmt. Ne, passt schon. Vaunt in. Ah, Mann. Bin ich nochmal angeschossen. Ich zieh meine Aussage zurück. Mann! Habt ihr die ganze... Wer hat den hier am Spieltisch wieder rumgemähert? Ich. 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 Ich hatte eigentlich andere Sachen geplant mit euch. Ja, ja. Hat gut funktioniert, würde ich sagen. Das war die Spontanität. Die hat gut funktioniert, würde ich sagen. Ja. Spontanität. Ah, ok. Spontanität am Arsch. Ja. Mit der Spontanität am Arsch. Ja. Mit der Spontanität am Arsch. Ich musste wieder unter deiner Spontanität leiden. Ich musste wieder unter deiner Spontanität leiden. Das ist immer... Ja, natürlich. Natürlich. Es ist deprimierend. Das muss ich schon zugeben. Einer muss die Scheiße ja wegmachen. Huah! Alter, hör doch mal auf damit! Ich hab nur geguckt, ob man diesen... Diesen Eimer hier... Einer muss immer der Arsch sein. Wo ist denn... Wo hat denn... Wer ist denn... Was ist denn... Du bist! Wo ist denn... Ich bin der Meinung. Machen wir mal fangen oder was? Du bist! Ja. Ok, komm hier. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Mit Fingern fuhren so. Hä, wo ist denn... Oh, oh, oh. Ich brauch mal ne Waffe. Ich hab nur so den... Scheiß Diegel. Die sind nicht scheiße. Die sind... Die sind nicht scheiße hier. Ne Rüffle. Ja, im Counter-Strike ist... Im Counter-Strike ist... Dings nicht... Nicht schlecht ne Diegel. Aber hier... Äh... Ist das Aiming ja für den Arsch. Pfff... Ja... Ja gut, das stimmt. Von daher ist... Aber mit allen Waffen. Ähm... Ja. Dann ist aber auch egal welche Waffen... Man kann... Man kann doch durch den Schacht. Und deswegen ist ja auch wahrscheinlich die Schrotflinde so beliebt hier. Weißt du... Ja, guck mal was... Er sagt, man kann doch durch den Schacht. Wahrscheinlich hat sich geschrumpft. Aber hier geht's... Hier geht's... Ach guck mal, der dachte schon wieder. Er hat sich geschrumpft und dann durch den Schacht. Ja, 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 ja. Aber hier geht's nicht weiter, hier geht's nicht weiter. Hier ist ne Sackgasse. Mhm. Mhm. Alter, Onkel. Ja, was denn? Ja, ich muss mich an irgendjemanden halten. Der Onkel verfolgt mich. Ja. Ja, ja, ja. Lässt du mal bitte meine Arschhaare los. Deine Arschhaare? Geh, 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 geh. Alter. Du trittst ja immer drauf, wenn du in den Hintermeer herläufst. Ja. Boah, das ist ja aber schon ganz schön lang hier. Alter. Bei mir kann das nicht funktionieren. Ich hab die oben auf dem Kopf als Zöpf zusammengebunden. Der beißt mit einer verbunden, ne? Mhm. Alles gut. Ich ärger gerade so richtig schön den Kevin. Der ist auch richtig aufgeregt gerade. Ich will nicht sein, ich will nicht sein, ich will nicht sein. Ah, aber... Ah! Hi! Wie geht's dir? Guten Tag. Halt, stopp. Ich bin nicht irritiert. Halt, stopp! Ich hab Angst. Hier! Da hab ich Tontäuben schießen gemacht. Guck hier! Hier? Hm. Ähm. Ähm. Ich. Ähm. Was? Ähm, ähm, ähm. Ähm, wo seid ihr? Ah, da! Hä? Oh! Äh! Oh Gott, seid ihr Rasen! Das hätt ich jetzt nicht von dir erwartet. Äh. Geht's da nicht rein? Erst mal voller Absicht. Eine Küche! Eine Küche! Wo seid ihr denn hin? Äh. Was hast du denn in der Hand? Schieß mal damit. Komm mal hier, wer ist... Der Pistole. Ja, ja. Er hat eine Pistole in der Hand. Guck mal hier, komm mal hier. Warum hast du eine Pistole in der Hand? Äh. Verdammt. Äh. Äh. Ähm. Warum... Warum geht ihr das nicht? Mhm. Ich bin... Wenn willst du denn... Ah, ah, ah! Warte! Mann! Aber wenigstens hat Kevin noch mal ein bisschen getanzt. Warum hat denn jetzt der Melon... Ich hab voll den Melon-Lounger genau neben dir einschlagen lassen, aber ihr habt doch gelebt. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Du hast die Tür getroffen. Nee, ich hab voll den Fußboden getroffen. Du hast den da angeschlagen. Du hast den da angeschlagen. Du hast definitiv den da angeschlagen. Du hast definitiv den da angeschlagen. Boah. Hä? Warum bist du denn nicht tot, Kevin? Tja, haha. Du hast doch... Weil die Runde vorher vorbei war, bevor ich sterben konnte. Ach so. Haha. Clever. Er hat einfach gewartet. Er hat einfach gewartet. Also... Das ist clever. Ich kann einfach gewartet. Der konnte ja nicht anmachen. Eben. Voll clever, Alter. Das muss ich mir merken. Hahaha. Äh. Hier. Hehehe. Okay. Was hab ich... Was? Was? Ich hab den Schrotzlin weggenommen. Ich dachte, du hättest dich hingeworfen. Nee. Willst du der scheiß Pistole hier hin oder was hast du jetzt hingeworfen? Nein. Da. Na, ich dachte... Oh! Entschuldigung! Boah! 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 Ich hab den Schrotzlin... Aber irgendwie... Geht hier, glaub ich, gefühlt keine Tür offen. Was macht der? Also das ist ne ganz komische... Ganz komisches Bild. Ich glaub, das wurde umgemalt, dass der einen Fisch in der Hand hat, oder? Ja. Du sollst nicht... Du sollst nicht in den Spiegel gucken. Lass halt. Dämon... Dem... Ha! 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 Voll der Reiser. Ja. Den Witzen üben wir mal noch, Freundchen. Was? Gut, da kannst du rein. Och so, warte so. Ah! Ria, was haben wir denn hier? Mh... Oh. Hm. Da heim. Alles gut bei euch? Ich weiß nicht, was er... er versucht grad in eine Öffnung zu kriechen. Na. In deiner Öffnung? ich weiß auch nicht was er meint mit welcher öffnung also also das ist jetzt schon also solche großen maps zu dritt ist schon ein bisschen da muss man schon suchen irgendwie ich versuche irgendwie aber die bilder wiederholen sich halt wenn man öfters trennen vorbei geht kann man ja eigentlich weiß ich ob man das kann wieso war da irgendjemand schon tot ja ja ich ach warum habe ich denn das nicht gerafft dass du tut man redest du doch den hast du mit der avp nur weggeknallt oder so was war das jetzt weil ich wollte gerade hier mit meinem kopf geschossen hätte es von da oben ich habe dem erst das ding geschossen und dann und dann die das ist die gehe also ich wollte gerade ich war gerade voll meinem element ich wollte klavier spielen aber es sah gut aus schießt sich mit waffen muss sagen die fett schon aber ein bisschen groß für uns drei ja dann brauchst du schon so ja mindestens vier wahrscheinlich dass man so zwei gruppen hat dass man so zweit rumrennt immer dann schauen wir die andere sache mal ein bisschen beziehungsweise man trifft dann öfter mal jemanden wenn man sich komplett aufteilt haha was gibts ihn ähm psch psch alter der map ist echt zu groß also für drei was ja den Onkel hab ich ja gerade schon gesehen oh ich meine Waffe wird geworfen das ist schon krass ja krasser Typ ja da bin ich gerade blöd mh was kapattiert jemand ja ah mal kurz alles gut alles gut alles gut lalalala 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 ähm ein älternteil ein älter wie viele weibliche älternteile hast denn du? lalalala die Frage die Frage kam auch gerade aber ich wollte es nicht dieser wollte ich es nicht fragen aber stimmlich hätt's auch die Freundin sein können okay ja hm aha aha guten Tag guten Tag guten Tag wie geht's? alles gut? ja 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 der Onkel will da weißt du der will schon kann man hier eigentlich kann man hier zumachen? ne geht den nicht glaube ich was habt ihr vor hä? ne ich wills gar nicht wissen ne ne Paarstuhl ne ist okay macht ihr euer macht ihr euer Ding da jo mit euren Dingern öhm ähm komm und der hell ist ja schon ganz fällig Onkel was machst du mit dem? der kann schon gar nicht mehr äh also ich raff das nicht öhm manchmal spielt mir ja man wirst du denn schon wieder hier? ich wollte ja die ganze Zeit und das ist gut waaah Privatraum 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 ja da ist bestimmt hier Dings dritter Kevin ja ja natürlich ja der will nicht gestört werden ja ich kann eigentlich den Fahrstuhl benutzen komm mal da rein ich glaub nicht ja was woer wo seid die denn? huh ne verdammt 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 ăn und wer so ja weil ich Angst hatte ja dann kommedum du mußst nur auf mich oh nee ne Was denn? Weißt du, dass ich schon wieder so ein Vieh hier aufgehangen hab und der Timon da ist genau unten drunter durchgelaufen und es ist nichts passiert. Wie viele Folgen haben wir aufgenommen? Warum? Oder warte mal. Ach, nee, okay, war jetzt gerade erst eine Folge ist bei mir definitiv kaputt gegangen jetzt gerade, weil irgendwie durch, ist eine Taste doppelt belegt und der hat das gerade gemutet ab der Hälfte der Folge. Ja, ich hab vor uns auch gerade, ich hab vor uns auch ich weiß nicht, welcher Part das war, aber auf jeden Fall hab ich aus Versehen mein Stream-Intro aufgenommen anstatt nur ganz kurz am Anfang. Weil ich irgendwie eine Taste, eine Schnellwahl-Taste für Stream halt ja ist das auch nicht stimmt. Da hast du eine exklusiv-Folge. Ja. Ich hab eine exklusiv-Folge. Ja, du kannst ja vielleicht hast du ja von der einen Aufnahme da doch noch irgendwas. Oder tust eine nachvertonen. Das ist ja jetzt die aktuelle. Kann man zusammen machen. Wollen wir eine Folge nachvertonen? Und dann treffen wir uns im TS, gucken uns die gleichzeitig an und tun die nachvertonen. Ey, da hab ich Bock gerade. Also nicht, dass wir jetzt also wir reden dann einfach über die Folge. Nicht, dass wir jetzt hier tun, als würden wir gerade spielen. Also das ist doch eine kleine Idee. Dann hast du wenigstens, äh, für die, für diese Folge dann hier halt eben einen Ausweich-Dings. Das war jetzt aber, glaub ich, nicht die ganze Folge hier. Ach so. Da musst du mir dann nämlich die Folge schicken, dann können wir die zusammen angucken, die du gerne nachvertonen möchtest. Von der letzten Aufnahme. Ja, wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Geil, jetzt habt ihr hier... Ach, das ist ja jetzt die Folge, ne? Wo ihr jetzt ein Problem habt. Das heißt, diese Folge kommt eine andere Folge bei Kevin, die vielleicht nachvertonen ist. Mal gucken, wie es läuft. Oh Gott. Das hab ich auch schon öfters gemacht. Wenn der Ton ausgefallen ist oder sowas, Mikrofon ausgefallen ist, hab ich nachvertonet. Hab irgendwelchen Scheiß drüber gelabert. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter. Ähm, ähm, äh, geht ihr bitte? Kevin, geh in den Fahrstuhl. Geh in den Fahrstuhl. Oh, hast du dich jetzt ertroffen? Er, ertroffen? Nein, gut. Was sprüht ihr eigentlich gestern hier? Tanzen! Hey, Alter. Timo, tanz! Tanz, Timo, tanz! Oh, hab ich dich getroffen? Scheiße. Entschuldigung, du hast Blutungen. Tschüss! Ja, Kevin, ne? Jetzt. Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Was ist denn überhaupt passiert? Nein. Ja! Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Boah, hey, Levitska. Boah, ich dachte, ich krieg beide. Schade. Endlich mal die Granate ausprobiert. Naja, dann war's das auch wieder für diese Folge. Und... Macht's gut. Jo, tschüss. Ciao. Tschüss, bitte. Ja. Oh, bert. Oh, ich kriege...